Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für diese Woche an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, mach dich bereit für eine entspannte Woche voller Ruhe, Selbstbeobachtung und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Am Montag, den 3. Juli, landet der einzige Steinbock-Supermond des Jahres in deinem 12. Haus und signaliert eine Zeit der Entspannung, der Heilung und der Verbindung mit deinem Inneren Selbst. Nutze diesen Moment, um abzuschalten und Aktivitäten zu bevorzugen, die deine Seele nähren, anstatt ständig deinen Verstand zu beschäftigen. So verlockend die Angebote und Einladungen während der Feierlichkeiten in dieser Woche auch sein mögen, denk daran, dass du sie nicht alle annehmen musst. Sei wählerisch und priorisiere Erlebnisse, die wirklich besonders oder einmalig sind, denn du weißt, dass es in Zukunft noch viele Gelegenheiten geben wird. Nutze diese Zeit, um dich wieder mit deiner kreativen Muse zu verbinden und deine kreative Energie aufzufüllen. Wenn du dich erschöpft und ausgelaugt fühlst, ist das nicht nur eine gute Idee, sondern auch wichtig, um ein Ausbrennen zu verhindern und dein allgemeines Wohlbefinden zu erhalten. Die nächsten zwei Wochen sind eine ideale Zeit für Selbstfürsorge, also buche Heil- und Körperbehandlungen, verwöhne dich mit deinen Lieblingsprodukten und trage deine Lieblingsoutfits, auch wenn es nur für ein Date mit dir selbst ist. Dieses jährliche Ereignis erinnert dich auch daran, dir nicht mehr zuzumuten, als du verkraften kannst, und loszulassen, was dir nicht mehr dient. Mach eine Bestandsaufnahme dessen, woran du festhältst und was nicht mit der Wassermann-Energie des Jahres 2023 übereinstimmt. Loszulassen mag nicht einfach sein, vor allem wenn es um Gewohnheiten oder Beziehungen geht, aber eine objektive Bewertung ihrer Auswirkungen auf dein Leben kann dir helfen, weiterzukommen. Als Wassermann verstehst du natürlich, wie wichtig gesunde Grenzen sind, aber es kann eine Herausforderung sein, sie mit geliebten Menschen zu ziehen. Nutze diese Zeit der Selbstbeobachtung, um alle einschränkenden Glaubenssätze zu untersuchen, die dein persönliches Wachstum behindern. Ziehe in Erwägung, mit einem Therapeuten, Hypnotiseur oder Energieheiler zusammenzuarbeiten, der dir dabei helfen kann, diese Grenzen zu überwinden. Die Zeit und die Ressourcen, die du in dich selbst investierst, werden sich lohnen und zu einer vollkommenen Verwandlung führen, wie ein Schmetterling, der aus seinem Kokon schlüpft. Wenn du dich danach sehnst, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, bietet sich am Sonntag eine Gelegenheit. Der Viertelmond im Widder strahlt seine ausgleichenden Strahlen in dein drittes Haus der Kooperation und Freundschaft. Nimm dir einen Moment Zeit, um deinen idealen Partner für Aktivitäten zu finden. Du musst kein weites Netz auswerfen oder ein Statusupdate in den sozialen Medien posten, die Chancen stehen gut, dass du bereits die perfekte Person für diese Rolle kennst. Sieh deine Freundesliste durch und denke an einen Kollegen, Nachbarn, Cousin oder Geschwister, jemanden aus deinem direkten Umfeld. Überrasche dich selbst, indem du dich für eine gemeinsame Aufgabe mit jemandem zusammentust, der zunächst als Konkurrenz angesehen werden könnte. Teste das Wasser, indem du an einem einzigen Projekt zusammenarbeitest und herausfindest, ob du mögliche Machtkämpfe überwinden kannst. Während dieses Viertelmondes solltest du dich daran erinnern, dass klare Kommunikation nicht nur bedeutet, deine Gedanken auszudrücken, sondern auch zu versuchen, andere zu verstehen. Hör lieber zu und versuche zu verstehen, bevor du deinen eigenen Standpunkt vertrittst. Wenn du dich jedoch oft in der Rolle des hilfsbereiten Zuhörers wiederfindest, versuche, das Drehbuch umzudrehen. Öffne dich und teile den Menschen in deinem Leben mehr Persönliches mit. Anstatt derjenige zu sein, der alle Antworten kennt, solltest du das Fachwissen der anderen nutzen. Sie werden sich geschmeichelt fühlen, dass jemand, der so weise ist wie du, ihren Rat sucht. Lass dich auf den Austausch von Ideen und Wissen ein, um deine Beziehungen zu vertiefen und eine unterstützende Gemeinschaft aufzubauen. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!